So, Robert, 42 Tore. Wie schießt man 42 Tore in der Kreisliga? 42 Tore schießt man, indem man ein gutes Team hat, geschlossene Mannschaftsleistung und vorne einfach knipsen. Jetzt hast du 15 Kästen Champ. Wieso hast du dich dafür entschieden? Der Champion ist die Mannschaft und genau deswegen habe ich den Champ. Bist du nächste Saison noch beim SVGammering aktiv? Ja. Okay. Und du bist zum dritten Mal gewonnen? Ja, da bin ich das jetzt gewonnen. Damals wurde das zwar nicht mit dem Erdinger geerrt, aber ich habe das jetzt schon mehrere Jahre gewonnen. Was geht dir? Bist du da stolz drauf? Zum dritten Mal? Ich glaube dann bist du alleiniger Rekordhalter. Ja, es gibt wenige, glaube ich, die so viele schießen wie ich, aber das gehört halt auch das Team dazu. Und jetzt bin ich ja noch Trainer, die Jungs sind fit und ich war noch nie im momentanen Stadion so fit, wie ich eigentlich jetzt als eigener Trainer bin. Die Mannschaft ist halt einfach der Erfolg. Und du bist seit, also vor dieser Saison bist du als Spielertrainer aktiv geworden. Hat dich das irgendwie beflügelt nochmal extra, also auch in deiner Leistung jetzt auf dem Platz? Ja, beim SVGammering ist es halt, da passt einfach alles. Da macht Spaß und das ist halt sehr wichtig, dass halt so der Erfolg halt auch kommt, indem du Spaß hast. Du musst Spaß haben. Wir arbeiten auch mit der Jugend zusammen und die Leute, die mögen mich verdammt gerne hier. Die wissen, wo das Herz von mir auch hängt und wie ich fühle. Und das ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass der SVGammering halt auch zusammenhält. Und das ist der SVGammering. Viele Spieler haben sich jetzt auch beworben, die wollen alle zu uns kommen. Leider kann ich nicht so viele Spieler nehmen, weil sonst ist wieder der Kader zu groß. Aber wie gesagt, der SVGammering ist ja eine Familie und das ist das Entscheidende, warum halt hier auch der Erfolg und auch mein spezieller Erfolg ist. Glückwunsch! Dankeschön!